Was ist die Partizipation? Partizipation und freies Wissen gehören unmittelbar zusammen, weil wenn man an dem Wissen teilhaben möchte, dann ist es ja nicht nur etwas, was man passiv rezipiert, was man aufnimmt und dann auswendig gelernt wieder von sich gibt, sondern freies Wissen bedeutet ja auch immer gleichzeitig, mindestens nach meiner Vorstellung, Wissen auch produzieren, weil das durch freies Wissen überhaupt erst möglich wird. Durch die freien Lizenzen kann ich halt die Inhalte nicht nur rezipieren, also lesen oder mir anschauen, sondern ich kann damit auch was machen, ich kann damit agieren und sie wieder neu zusammenstellen und nach vorne geben, nach draußen geben. Und insofern ist, glaube ich, freies Wissen immer dann gegeben, wenn Partizipation möglichst breit möglich ist, also dass halt die unterschiedlichsten Leute mitmachen können und zwar nicht nur nach den vorgegebenen Regeln, sondern auch ihre eigenen Regeln definieren können. Und Herr Vogel hat es zum Beispiel für den Open Science Prozess ganz deutlich gemacht, es geht halt eben nicht nur darum, die Ergebnisse öffentlich zugänglich zu machen und nachnutzbar zu machen, sondern es gilt auch schon, allein die Prozesse öffentlich zu machen und diese partizipativ zu gestalten, frei zu machen und da glaube ich, das wurde auch heute Abend deutlich, da sind wir erst am Anfang und das ist auch gut so, weil dann hat Wikimedia noch lange was zu tun. Vielen Dank.